Dann hole ich dich raus. Mach mal's David an. Das musst du, glaube ich, dann machen. Nein. Also nein, ich meine, war da nicht vorher die Wellscheibe oder so? Nein. Die Well, das ist alles in dem kleinen Büroraum davor, wo doch die Scheibe ist. Das ist doch wie im Film. Ach, danke. Ich glaube, jetzt müsstest du auch wieder rauskommen. Weißt du? Du musst das da machen. Hä, nein, da sind noch Schalter in der Tür. Du kannst das da gehen. Du musst das eh nicht anmachen. Ach so, ja, aber du musst doch eh hier raus dafür. Warum? Ja, das stimmt. Ich hab das eben schon mal versucht anzumachen, aber ich weiß nicht, welcher Knopf das ist. Äh, irgendwo ich so. Genau. Okay, wer hat Sabrina gerade getötet? Ich glaube, es passt kalt, oder? Hm? Ich finde es schön, wie Sabrina einfach mit dem Kopf auf die Tastatur neben mir eingeschlagen ist. Und ich drehe mich rum, ich sehe einfach nichts. Ich fühl mich hier gerade selbst noch zurecht. Also wenn ich es sehe, dann schieße ich, ne? Mich? Ja. Warum mich? Weil, äh, gut, es könnte halt außerdem noch Alex sein. Das war's aber. Dann ist es Alex. Ja, du. Ich. Ne, ich bin es nicht. Das weiß ich, ja. Sicher? Pass mal. Ich hab Max gefunden, Max ist du. Ja, das hab ich dir eben schon gesagt. Der war ja auch Traitor. Ja, 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 ja. Was denn? Mit der Waffe. Was? Und du bist kein Trader-Giger. Nein, nein, die hab ich gefunden. Die lag hier rum. Hm. Ich finde auch vieles, wenn ich Trader bin. Fuck. Hallo und herzlich willkommen zur neuen TTT-Funde. Hallo. Ja, ganz. Hallo. So, wer hat mich denn jetzt umgebracht? Ja, Pascal. Ach so. Ey, ich hab die ganze Zeit auf allen gehalten. Alter, was ist das denn für ein Moped? Das ist, äh, Sawblade. Hammer. Ah. Das funktioniert ganz gut. So, jetzt möchte ich durch Stargate, bitte. Ich auch. Alter, ich liebe das. Ich liebe diese. Ich will ein Fremster. Ah, 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 ah. Ah, ich geh runter. Ich geh runter. Ich geh runter. Ich will ne Waffe haben. Ich will auch. Ah, nein, Hilfe. Schnell, nicht, nicht, nicht. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ja, geil. Ich bin auf Abydos. Laber nicht. Weißt du. Äh, Zimber. Zimber, äh, Sago. Ich hab immerhin seid nicht in dem Raum, wo der Stargate ist. Lasst ihr Waffen, wenn wir alles Inno sind, ne? Waffen, Waffen, Waffen. Lasst uns die einfach da drin, die kommen nicht mehr hier raus. Irgendwo Waffen? Seid ihr wirklich ehrlich? Ehrlich. Also ehrlich. Seid ihr alle Inno sind. Ich bin Inno. Wer? Inno sind. Ich bin Inno sind. Ich würd sagen, komm. Ja, geil. Lasst das Tor zu. Lasst das Tor zu. Nicht aufmachen. Hä? Nicht aufmachen. Die kommen ja nicht mehr raus. Ey. Bist du Traitor oder Innocent? Ich war irgendwie Traitor. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt schon... Äh. Gut, der Traitor hätte wirklich ehrlich eigentlich schon Thomas zücken können. Das heißt, die sind wahrscheinlich wirklich... Das wär so... Das wär wirklich witzig, ey. Das wär richtig geil. Aber es ist auch irgendwie unfair. Leute. Ehrlich. Ich bin doch nicht so dumm. Ach, das ist schon dumm, ja. Die sind da jetzt im Raum drin, oder was? Ich wollte sagen, ich hab aufgemacht, ne? Also ich war derjenige. Das ist echt, äh, nobel. Deswegen find ich das auf der Map auch ein bisschen dumm, weil man halt einfach wirklich die Leute auf einsperren kann. Das find ich echt nicht gut. Ja, ja, gut. Ja, ja, genau. Deswegen hab ich auch wieder aufgemacht. Sabu hat's gut, wenn ich wieder zugemacht. Also mal auf- und zuwangen und dann geschlossen halten, ist lustig, aber dann halt mit die Leute einsperren. Ja, äh, 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 ich will die, äh, ich will Stargate einfach machen. Aber ich will jetzt auch mal durch Stargate gehen, um die Map zeigen, was dahinter ist. Ah, da ist es doch. Yeah. Geh die Tür auf. Max ist noch am Leben. Ey, wer schießt? Andi ist es. Andi. Hallo. Andi war's. Ja. Ja, ein Trader. Na gut, der ist noch. So, ich will jetzt gerne mal hier, das hier zeigen. Ähm, ähm, war der Alex nicht hier im Ding schießt, ja? Alter. Was? Wer war hier eben drüben? Wer war hier eben drüben? Die Alex, ne? Ja, die Alex. Die Alex ist es. Max liegt hier tot. Hä? Alex, du bist es, doch. Nee. Ja oder nein? Ja. Ich weiß nicht. Doch, meine Frau grundlos zu erschießen. So, Alex. Ich mach das. Ich mach das auch. Alter. Alter. Ich mach das eiskaltig. Ich komm auch. Dann ist Peter schuld. Das war jetzt schon echt übel. Ah, jetzt bin ich mir unsicher. Ja, ich hänge hier fest. Fast ich geben lassen. Äh, ich hänge fest. Ich weiß, der faszin ist nicht. Das weiß ich. Oh, du hängst, warte, ich helfe dir. Warte, 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 warte. Ja, ich kann nicht. Warte, warte, warte. So, warte. Jetzt. Geht? Nein. Warte, warte. Ich muss ein bisschen warten. Lass mich in Ruhe. Irgendwie. Ich hab nichts gemacht. Okay. Natürlich. Dann war es Andi, aber du warst mit dem da drüben. Ja, Andi ist tot. Ja, dann ist es Alex. Den haben wir doch schon gekillt. Ja, vielleicht ist es ja auch du, der, nee. Ja, Stefan kann es nicht sein. Ich, das weiß ich. Nee, ich gehe safe auf Alex. Das heißt, es kam entweder nur Peter oder Alex. Nein, das war Alex. Als Max gestorben ist, waren Andi, Max und Alex. Oh, Alex! Im Ernst, der hat, er war fünf Meter von mir weg. Oh, Mann, ey. Ah, nee, nee, nee. Ja, das war echt bitter, weil wir halt wirklich als Traitor alle auf der anderen Seite waren. Voll mies, Alter. War richtig? Ich bin so voll am Fanboyen und ich werde einfach kalt gemacht drüben und denke mir so, na toll. Wir hätten es einfach wirklich zulassen sollen, ey. Ja, das war halt aber dumm irgendwie deswegen. Ja, ja, deswegen. Und das Ding ist halt, ich hab mir einfach nur so gedacht so, ja, nice, ich kann jetzt einfach hier ganz leise mit dem Messer einfach Max umbringen. So, Alex war da halt einfach, er stand da einfach nur daneben, die hat da, die hat halt in dem Moment einfach noch nichts gemacht, so. Und ich hab dann einfach Max umgebracht und dann war dann auf einmal so, ja, ey, lass die mal da einsperren, ja, und dann waren wir halt da stuck einfach und dann konnten wir nicht mehr raus, so, das war halt richtig dumm. Das war richtig dumm, ja. Hui. So, dann, deswegen war es dann halt auch ein bisschen tot, das war schon praktisch. Ja, aber das war halt dann trotzdem ob wir es, weil die halt dann wussten, weil ich und Alex uns sehr beschwert haben, weil wir ja getrennt waren, dass das halt nur ich und Alex halt sein konnten, so, deswegen war das halt echt ein bisschen dumm gelaufen. Schade, das hier auch nicht größer ist, ey, das finde ich schade. Warte, du sagst die Map, oder was? Achso, ich dachte, du schießt auf mich. Ja, ich sage, die Map ist eng. Oh, wird geil. Ich meine, ich habe auf der anderen Seite. Achso, der, ja. Mann, das stimmt. Kacke. Oh, ich feiere die Map immer mehr. Ja, was ist denn? Hier ist noch viel Observationsraum, auch noch mit drin. Ja, hier ist ziemlich viel, das ist schon egal. Jungen. Ja, ja. Und dass man durch ein Tor geht und hier in so... Dann lasst mich doch mal raus hier. Verdammt, Andi, ey. Ich habe nochmal cool, cool. Mann, 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 Mann. Ey, Leute, Leute. Nein. Ruhig euch. Nee. Der, der Stefan will uns nicht rauslassen hier. Oh. Also einer von euch ist Traitor da drin, dann sage ich euch. Ja, ich nicht. Nein, ich auch nicht. Ich bin Fanboy. Ja, auch als Traitor kann man Fanboy sein. Ja, auch als Traitor kann man Fanboy sein. Ich glaube, der Andi wollte mich gerade einsperren, aber ich bin doch schnell rausgekommen. Hau ab, Andi, bitte. Stefan, ne? Bitte, Stefan, ne? Nein, Stefan, ne? Der ist es bald schon wieder. Ah. Oh, ich schieße nur gegen die Decke. Ah, der hat mich nicht getroffen. Ah, ah. Ah. Boah. Hä, warum sind das jetzt so neblig da drin? Oh. Da hat er einen Smoker eingeschmissen. Ah, der Smoker. Bäm, Junge. Oh, Meloda. Das ist da. Ich habe immer noch die, äh, die Striche nicht ganz kapiert hier mit den Farben. Ja, die führen dich, glaube ich, in verschiedene Räume. Ich glaube, der Grüne muss das ins, äh, zum Stargate sein, oder? Dachte ich auch, aber irgendwie habe ich eben dann noch irgendwie den, ah, grüner, grün führt zum Kontrollraum. Okay. Ja. Rot, glaube ich, zum Stargate. Oh, Alter. Ah. Ah. Alex, schießt du mal nach oben? Was? Okay, danke. Äh, warte mal. Warum ist es so leise? Ja. Äh, ist, ich bin nicht leise. Wer ist denn noch da? Ich bin hier. Ja. Okay. Okay. Und Alex ist da. Okay. Äh. Ja. Und wer sonst noch? Ich weiß es nicht. Nur wir drei anscheinend, ha? Ja, dann seid ihr Traitor. Äh, äh. Ne, ich bin das definitiv nicht. Definitiv. 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 Aber es sind noch alle am Leben. Und ich finde keine Leiche. Was ist denn hier los? Haben die sich alle... Vielleicht das Discord abgeschnitten. Hau ab. Ich hau doch schon ab. Verdammt. Alter, du haust gar nicht ab. Lass dich durch. Ja, nee. Ich wollte ja weg, aber es ging nicht. So. Alter. Ich hab hier noch einen gefunden. Wen? Wo? Äh, Andi. Der liegt da im Gang. Ah, in diesem einen. In diesem einen, genau. In diesem einen, der ganz vielen. Aha. Ja, ja. Ah, ich weiß wo. Ja, ja. Ja, ja. Du meinst in dem... Mit den Lampen. Ja, ja, genau. Mit den Lampen. Und dem grauen Wänden. Mhm. Und diesen Strichen auf dem Boden. Hau ab. Dreh rum. Richtig, richtig. Hau selber ab. Hau selber ab. Hau beide ab. Wie beide? Ach du Scheiße. Na toll, jetzt bin ich im Sandwich. Ein Sandwich. Aber warte mal. Ich glaube, Discord ist abgeschmiert bei den anderen, oder? Nee. Laber doch nicht, Alter. Nee, doch nicht. Ey, Max, ey. Ich glaub, der Max ist. Alter, wenn ich doch wüsste. Ja, genau. Wenn ich doch wüsste. Ey! Ich hab gar nichts gemacht, was Verdacht hätte schöpfen können. Ich hab einfach drauf losgeschossen. Weil einer von euch beiden muss das sein. Nein, das kannst du nicht machen. Nee, nee. Das machen wir doch eigentlich gar nicht. Nee, nee. Wir haben doch eben schon gesagt, wir random killen nicht. Ach so. Nee. Versteh ich, was damit gemeint worden ist. Ah, okay. Wir haben doch schon gesagt, man muss schon einen Verdacht haben. Eieieiei. Und nicht einfach sagen, so, ja, ich tütte dich jetzt. Okay, wie bei Werwolf. Kennt ihr Werwolf? Ja, das ist die Idee hier hinter. Ja, ja, okay. Hä? Über Kommunikation. Okay. Jetzt hab ich 100% verstanden. Ah, sehr gut. So, TTT ist so auf der Basis von Werwolf entstanden. Ich hab keine Ahnung. Das merkt man anscheinend daran. Ja, bitte. Ah, okay. Du kannst nur sehen, wer tot ist, wenn du Traitor bist. Oder wenn der... Oder confirm, wenn das bestätigt worden ist. Ja, ja. Hab ich dann auch gedacht so. Boah, Werwolf müssen wir eigentlich auch mal spielen. Aber Werwolf ist richtig. Boah, da muss ich die Darmstädter von mir einladen. Die spielen das ultra gut. Ich hab den besten Erzähler der Welt. Ohne Scheiß. Der macht das richtig gut. Die haben auch richtig komplettes Set am Start. Welcher von denen? Würde nicht töten. Okay. Peter und Pascal sind hier und schließen sich gegenseitig ein. Einer von denen ist Traitor. Wie mach ich das? Stefan, ich bin hinter dir. Äh... Ach da. Das ist die Iris. Ah, die Iris ist nicht aktiv. Was für ein Scheiß. Iris kann man nicht aktivieren. Ja, weil die sieht dich. Oh nein. Es gibt noch eine Iris für Stargate. Für einen unautorisierten Eintritt. Oder sowas. Chevron 3. Äh. Ich will spielen hier. Weißt du, was ich mich frage? Ich frage mich. Peter und Pascal. Peter und Pascal aktiviert. Chevron 5 aktiviert. Chevron 6 aktiviert. Der Peter troll die ganze Zeit. Chevron 7 fixiert. Der Peter troll die ganze Zeit den Pascal. Und keiner sagt was. Der Pascal beschwert sich nicht. Peter sagt nichts. Ja, Pascal und Peter sind als mega merkwürdig. Also... Also... Was? Ja. Wo trollen die sich denn? Die haben sich dahinten eben, wo die Smoke ist. Da hat der Peter die ganze Zeit die Tür vom Pascal. Scheiße. Okay, warte, hast du das gesehen? Oh nein. Du hast das gesehen? Nee. Also, ich habe gesehen, wie Peter... Irgendjemand ist gestorben. Peter ist im Smoke. Peter ist im Smoke. Hab ich gerade gesehen. Er schmeißt was raus. Was war das? War das ne... Das war ne Disco. Das war ne Disco. Hä, warum schreibst du das? Max schmeißt ne Granate auf mich. Ja, du hast es zuerst geschmissen. Ich habe doch gar nicht geschmissen, Alter. Da war ne Granate gerade. Ich habe. Ja, weil die Peter geschmissen hat. Aha. Was denn, Sabina? Meine Güte. Ich habe aus, dass sie in die Alex getötet, weil ich mich erschreckt habe. Oh Mann, ey. Oh je. Okay, soll ich das jetzt glauben, oder? Alter. Kann man hier Sachen aktivieren? Das wäre geil. Was? Mir ist leer. Schade. Oh Mann, oh. Wer lacht hier? Ich sehe wieder... Also, irgendwas stimmt hier nicht. Was ist mit euch falsch? Ja, ich war... Seid ihr müde, oder was? Ah! Habt ihr den gehört, ey? Oh, das ist eng hier. Lass mal kuscheln, hier. Ah, ah, ah. Was ist denn hier los? Alter. Was denn? Hey. Ui. Was ist der Scheiße hier? Diese Verdammte. Bei diesen Scheiß-Gängen und den Türen muss ich voll an die Folge denken, wo Tiag einfach mit Colonel und Neil in der Zeitschleife gefangen waren. Ja, ja. Okay. Ja, oh wei. Ey. Ich finde das auch rass witzig wie Sabrina einfach. Ja, ja. Ja, ja. Lieber Traitor. Alex, die Traitor. Andi ist es. Nein, nein, ich bin das gar nicht. Alter, was geht da ab? Die Schiet, die haben einfach nur angefangen zu schießen. Bäm. Sabo war auch... Ich habe jetzt auf euren Verdacht hingeschossen. Hä, was? Es hat doch keiner einen Verdacht geäußert. Doch, ich habe es gehört. Sabo und... Äh, Andi. Hä? Hä? Hey, das verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Sabrina hat einfach nur Alex einfach aus Versehen getötet, weil die sie erschrocken hat. Ich habe die Leiche gesehen, habe halt Alex confirmed. Dann habe ich gesagt so, ja lol, Sabrina, du hast sie aus Versehen erschossen. Die war halt auch einfach auch noch Traitor. Und das ist alles, was passiert ist. Ja, ja, ja. Ach so, dann habe ich... Na toll, ey. Dann habe ich wieder einen Lacker gehabt, ey. Ich bin voll der Lacker im Moment, ohne Scheiß. Darf ich euch mal hierher bitten? Wo? Hier zum Observationsraum, oder was? Ne, ich habe vergessen, wo der Raum ist. Peter, guck mal. Dreh dich mal rum. Warte, warte, warte. Ich bin schon wieder drin gefangen. Andi, guck mal. Nein, eine Schmauchgranate. Bäm. Was ist zur Hölle? Was passiert, wenn du den Knopf fluchst? Stimmt nicht mit euch. Echt, Mara, stimmt ja nicht. Das leuchtet nämlich gerade du. Oh, ne, krass, oh mein Gott. Und als ich es versucht habe aufzumachen, war es rot. Wer schießt hier? Ihr leckt es voll. Jemand ist gestorben. Hört mal auf mit der Scheiße. Andi, ist es. Was geht denn hier? Ich glaube es ja nicht. Andi, ist es. Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auf jeden Fall nur, dass mein Spiel gerade übelst geleckt hat. Ja, das war ja auch. Ja, das hat Andi. Ja, das hat Andi. Ja, das hat Andi. Ja, das hat Andi. Und ich sehe nichts. Habt ihr gehört? Ja, Andi. Das war ein Sarg. Also ein, ein Trailer ist Andi. Okay. Ganz sicher? Ja. Das war 100 pro. Nee! Hä? Hi. Hi. Fehler, ich sage dir. Nee, der ist vor mir gestorben gerade. Der, ähm. Und da drin sind wir unter Pascal und die Alex. Alter. Warum folgst du mir? Ich würde den Peter mal im Auge behalten, Stefan. Alex? Diese Misstraue, ne? Nee, nee. Ja, ich weiß, was hier gerade im Raum abgegangen ist, Alter. Ja, nichts. Und ich bin froh, dass ich jetzt mal wieder was sehen kann und hier raus kann. Ich habe auch den Pascal erschossen, weil ich mir nicht sicher war, ob der das war. Das könnte auch der Peter gewesen sein. Dann ist es die Alex. Ich weiß, was da abgegangen ist. Genau. Ich wollte einfach nur da rein und mir eine Scheißwaffe holen. Dann geht da so ein Mist ab. Alex, wie sicher ist das? Also, ich würde den jetzt dann versuchen zu... Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, weil da einfach nur übel zur Scheiße gerade abging und ich echt verwirrt war und es war ganz viel Rauch und... Wenn du auf jeden Fall Ani siehst... Wollt du einfach nur raus. Der Ani ist im Aufzug. Der Ani ist im Aufzug. Der Ani ist im Aufzug. Aha. Okay, hier liegt der Max. Ja, ähm. Okay. Ich weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin, aber ich bin jetzt hier. Stefan, mach mal vor dir auf. Ja, genau da. Rechts, rechts. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Mach mal den Aufzug auf. Mach den Aufzug auf. Wieso siehst du mich? Äh, wo ist denn hier ein Aufzug? Wie hast du mich gesehen? Weil ich da festgepackt bin in der Eifer hier in dieser Zwischenwand. Achso. Gibt es du noch? Warte. Wenn du in den Aufzug kommst, siehst du mich? Ich bin über dir. Ich sehe dich nicht, nein. Nein. Alter. Hey. Hi, Stefan. Hä? Wie hi? Ja, ich hab... Hier, guck mal, da. Da bin ich. Ah, da. Ich dachte schon, jetzt hab ich hier die Bugs, aber ich kann ihn mehr sehen. Nein, nein, nein. Ich bin noch da. Au. Wer, äh, wer lebt denn noch? Andi! Na gut. Ja. Das war ja klar, ne? Ich bin oben. Ich bin im Observationsraum-Ebene. Jetzt. Jetzt nicht mehr. Jetzt. Jetzt nicht mehr. Jetzt. Jetzt nicht mehr. Jetzt. Jetzt nicht mehr. Peter. Jetzt bin ich unten. Jetzt oben. Ah, na Alex. Ich seh dich. Lass mich in Ruhe. Ich trau dir nicht. Trau mir nicht hinterher. Das bin ich nicht. Ich lauf hier nur geschrien. Was geht mit dir? Sie verarschen? Na, Andi? Ich hasse euch. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. So'n dumm Peter, ne? Ja. Au. Du, 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 du. Wer lebt eigentlich noch? Zwo, eins. risiko hast du irgendeine bombe die dich in den aufzug legen kannst granaten irgendwas doch gott ist das dumm man ich versuche gerade den aufzug irgendwie nach unten zu tun und halt oben die tür aufzukriegen aber ich bin derzeit glaube ich einfach nicht da okay das war schon lustige geschichte müsste alex noch irgendwo leben scheiße du nicht wer war denn auch ich dachte die ganze zeit ja tut mir leid das war echt super über dem aufzug fest was denn oh gott ja hallo fährt ja auch mal bin grad voll hängen geblieben da ja ich bin hängel hast du eben als gesagt habe drück mal auf den knopf hast du wirklich gedrückt ich habe daneben gestreut und e gedrückt weil ich mir schon gedacht habe dass da irgendwas passiert sollte wenn ich später bin ja klar der ist ja auch nicht doof ich hab schon gelacht weil ich dachte alles klar jeder ist es ist alles klar gut ich habe gesehen wie peter immer umgebracht hat nice nice stefan peter das peter etwa da ist ne ziegel und da ist ne max ja ja achso der hat ah ok Pascal war das opfer opfer ich bin ne ziege ne ziege opfersaft ziege hallo alex hier hi ich bin auch ein furry alter dick alter fett ein furry aaaaaaah was das verbirgt ja das wollte ich ja ja weil jetzt auf einmal jeder den skin wechselt ne ja hä 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 da ist ja schon wieder ein furry ich bin auf jeden fall immer noch der joker der joker der joker der joker und da ist die sabbel ah ah Alter, was war da los? Max ist tot. Ernsthaft? Ja. Warte. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Das war eine Mine. Mine? Alex. Alex? Nee, nee, nee. Ich bin da gerade kurz vor dem da durchgegangen. Aber du bist so ein Minenmensch. Hm, bin ich, ja. Du bist so ein Minenmensch. Aber ich bin der Einzige, der Minen bedienen kann. Wieso sollte ich eine Mine legen? Weil du heute sehr minenfreundlich bist. Wenn der direkt hinter mir ist. Du bist, äh, ja gut, ich, äh, äh, äh. Ja, das ist schwierig, ne? Aber du dementierst halt auch so, dass einer echt ein Schlechtsgewinn hat. Sabrina, bleib mal stehen, stopp. Guck mal, drück mal hier auf den Knopf. Nein. Drück mal. Stefan, ne, immer mit dem, ja, drück mal hier den Knopf. Ja, ey. Ja, ich will wissen, bei mir wäre das rot. Als Innocent. Ja, seit wann machen wir denn Traitor-Fallentester? Ich weiß nicht, was das ist. Ich will das mal sehen. Aber du regst dich gerade echt heftig auf. Bist du Traitor? Nein, das ist jetzt, äh, grundsätzlich so, weil ich das insgesamt nicht kacke finde. Oh Gott. Weil wir ja eigentlich gesagt haben, dass wir sowas nicht machen. Ja, ich wollte doch trotzdem einmal wissen, was in dem Raum ist. In welchem Raum? Beim Observationsraum. Was ist denn da? Da ist so eine grüne Lampe. Was ist denn da? Hä, ja, da ist aber auch nichts in dem Raum. Hey, äh, der Pascal ist übrigens auch tot. Ja, ja, den hat Peter umgebracht. Und der, Peter war auch der erste Traitor. Ah, okay. No. Also entweder ist es Alex. Oh, hallo. Wieso seid ihr eigentlich beide die, ey? Oder Sabrina oder Stefan. Ich glaube, das ist, oder du. Ich glaube aber, es ist Sabrina. Nee, ich bin es nicht, weil ich weiß, dass ich, äh, nicht Traitor bin. Du weißt, dass du Traitor bist, alles klar. War das ein freudscher Fehler? Alter, ey. Das war gerade so, ich wollte sagen, weil ich weiß, dass ich Industrie nicht bin. Wo ist denn der Raum? Hier, warte. Oh Mann, wo? Dann kommt man nur als Traitor rein. Weiß ich nicht. Wenn ich drücke, dann wird die Lampe rot. Da, das Grüne hier. Okay. Das da? Ja, also nicht direkt aufs Grüne, sondern daneben ist der Kopf. Da kommt man aber nicht nur als Traitor rein. Alter, du Schick. Scheiße. Echt, hast du das? Hast du das? Du dämliches Stück Scheiße. Ganz ehrlich. Ich dachte, es geht da beide. Alter. Das nächste Mal erschieß ich dich einfach, weil du hast schon wieder so reagiert, so von wegen. Hä? Nein. Das ist aber jetzt Scheiße. Nein, das hätt ich aber wirklich gemacht. Ja, das hättest du auch. Nee, das hätt ich aber wirklich gemacht. Das ist mir egal. Ja, hätt ich auch. Hab ich nämlich schon öfters. Ich wundere mich. Ach so, ja. Weil du zu jedem anderen sagst, Random Kills sind Scheiße. Ja, das war kein Random Kill. Das war ja konkret. Du warst es ja. Nö. Doch. Aber du wusstest das nicht. Ob man es letztendlich ist oder nicht, ist ja irrelevant. Ja. Weil das ist ja trotzdem die gute Idee, wenn du es nicht wirklich weißt. Aber es war ja ein Verhalten, was du schon öfter an den Tag gesehen hast. Ja, aber ich hab... Nein, das hat mich aufgeregt, dass du... Ich mein, ich hab's ja auch gerade noch gesagt, so, ja, ich hab's ja auch schon länger. Das wir das nicht machen. Ja, ich wollte halt wenigstens einfach wissen, was da drin ist. Ob man da rein kann oder was. Ich weiß es halt nicht. Ja, weil ich hab's ja auch gesagt, du kannst da reingehen, aber da ist halt nicht... Ja, eben. Aber als Trailer kannst du da rein oder was? Du kannst da als beides reingehen. Nö. Bei mir war da rot, ich glaubte da nicht rein. Ich bin, ich bin innocent, ich hab grad die Tür hier zu aufgemacht. Hä? Ja, komm, du weißt mal. Komm, du kannst auch, komm mal, du kannst auch, wenn du hier oben... Komm mal, Stefan, warte, 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 warte. Wenn ich hier hoch gehst... Hä? Bei mir wurd's eben rot. Ich trau dir, wenn ich hast du eh ein guter. Ja, weil der Traitor die Tür zumachen kann. Ah. Der Traitor, aber ich bin fast gestorben, weil ich in der Tür geblieben bin. Warte, alle müssen. Welche Tür? Die Tür hier. Und was ist da auch nichts? Aber Stefan, wenn du da oben reingehst, dann kannst du durch die Tür gucken, äh, durch die Fenster gucken, dann siehst du, was da unten drin ist. Ja, aber vielleicht hätte da... Hey, du hast dann die Tür gewechselt. Oh Gott, Sabrina. Hahaha, wie du auf einmal da warst. Und jetzt geht's los. Dann lass die Tür zu, lass die Tür zu. Hey. Dann wird nur diese Disco. Uh. Ach, jetzt weiß ich. Ich schraff das mit der Tür nicht. Ich weiß jetzt, was das ist. Was ist das denn jetzt? Ich bin da auf einmal gerade komplett random in die Luft geflogen, einfach, weil ich mir so dachte, so, hey, was ist jetzt los? Ach, du kannst den Mord nehmen, äh. Hängen die schon wieder da? Ja, die hängen da schon wieder. Bei mir leckt's auch schon wieder mega krass, ne? Ja, bei mir auch. Ach so. Lass es mal sein mit dem Bombenlein. Also, Max ist bei mir? Ja. Ich bin auch hier. Die, 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 genau. Guck mal, das wird so oder so, das kannst du rot und grün machen hier. Ja, da komm ich dann immer raus. Ja, ja, ich hab das eben. Ja, richtig, ich hab eben Max eingesperrt. Ja, jetzt hab ich's. Ach so. Ach so. Das geht vom anderen Raum aus. Drück immer E. Drück immer E. Ach, da ist er. Oh, jetzt. Guck mal, wenn man jetzt hier reingeht. Ah, hier. Hier links um die Ecke ist nochmal so. Da kannst du mal einsperren. Ja, ja. Jetzt weiß ich's. Danke. Ha. Ja. Jetzt wird Glück. Aber dein, äh. Hey, hey, hey. Ich wusste's halt nicht. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, Sherry. Sherry? Sherry. Hallo. Sherry, Sherry ist hier. Sample 2. Dann setze ich mich halt hier einfach in die Ecke. Wer auch immer gerade neben mir steht. Ich hab gerade, ich küsste auf die Ecke. Hey, 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 hey. Wer schießt auf mich? Nee, ich musste gerade... Die Lexi schießt auf mich. Okay. Dann brauche ich ja jetzt. Hey, wer ist gestorben, ich habe mich geschossen. Wer war hat? die lexie hat mich geschossen stetigen bitte aber ich hab sie kaputt gemacht die war ein traitor ich hab sie kaputt gemacht okay sie war echt die war echt ein traiter okay ich kann erinnern spielen warum jerry ist simpel der kann ich dann kann ich nicht spielen weil ich in dem raum eingesperrt bin diese auf den knopf drücken ja 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 ich sag dir wenn du trader bist ich habe dich daraus gelassen bedenkt dabei deine entscheidung ist also ich weiß nicht aber ja voll die bad vibrations schon wieder ja die maximale höhe als 8 meter sein 8 fuß oder in maximilian clearance maximilian genau 8 ok das kann man echt nicht lesen aufzug muss man ja 80 ach das sind 80 zoll glaube ich ja 80 inch genau das passt für den aufzug ein wackelaufzug ja vor allen dingen schneller aufzug die decke alter geben hallo 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 max da kommt es ja los ist das ein verwirrendes aber bitte nicht in form von flaschenlimo töten sag mal piep warte mal peter warum stehst du da so komisch vor allen dingen sagt so traiter sagt mal piep piep und der macht piep ja ich hatte disconnect bei mir oben rechts dieses disconnect zeichen gerade dieses rote aber das hatte sonst keiner bei mir ist es nur durch es stand gerade ja peter wurde gerade zurückgesetzt ja aber hauptsache für mich bläden wenn du es bist alter 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 schwede 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 ach so das ist die alex wieder ich hab immer noch stand wieder oder auch nicht ist jetzt bis jetzt echt nur die alex tot ja warte ich habe ich habe noch eingefunden warte mal ich habe wieder stammt ok geht ja warum warum wir die warum wir die alle warum warum wir die alex bei mir wieder als lebend angezeigt wenn ich das wusste bei mir wird jetzt gerade nur pascal als confirmed dead gezeigt oh die die alex revived aber ich glaube dann würde ich das nicht sehen warte 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 die müsste ja vorne liegen ne liegt ja noch oder ist ein fake da muss man eh drauf drücken ja ich ruck glaube ich die ganze zeit rum warum sagen die anderen nichts mehr wer weiß da schon diese mysterien in dieser welt mhm ja du bist ein trader ja nein nein by the way äh kennst du kennst du noch den aufzug als ob hättest du das nicht sagen können bevor ich ein radar geholt habe ich bin ich häng ja auch einfach fest da siehst du mich ich bin aber komplett stuck aber ist cool wie du ja alles überlebt äh wiederbelebt hast alter ey peter hattest du wirklich lex ja ja ich hatte echt lex und dann auf einmal war ich wieder da ich hatte echt dieses disconnect zeichen oben rechts deswegen stammt okay wenn du das nämlich ausgenutzt hättest aber dann hast du einen bug ausgenutzt du kannst dich trotzdem hart verraten ja ich hab schon vorher alles gekauft ne aber ist trotzdem krass dass man das sehen kann wenn der äh traitor wiederbelebt wird äh ich find's krass dass der traitor überhaupt wiederbelebt werden kann wusstest gar nicht ja ja es gibt es gibt es gibt ein wieder äh wiederbelebungsteil innocent oh ja innocent ey ich werd nie traitor stefan ich führ jetzt mit dir es gibt so ein traitor-kitsch alter ein traitor-kitsch so eine traitor-app wenn ihr von euch wichsen ist es jetzt schon wieder aber ich muss sagen das war echt schön wie alle drei in einer reihe standet ja ja hat man mich eigentlich echt durch die wand gesehen ja deine wand ja ein bisschen durchgeglitscht war schon gut war schon gut ich wollte mich eigentlich nicht aufregen dass ich kein traitor bin aber jetzt mach ich's eigentlich müsste ich dich jetzt aus Prinzip sowas von wegballern ja komm ich lauf jetzt einfach nur noch resigniert hier im kreis ist mir egal komm immer eine kugel eine kugel von da hinten von da hinten immer nur eine kugel darf ich kurz vorbei ich bin innocent vielleicht gibt es einen traurigen skin ok traurigen skin doch da gibt es noch diesen kleinen jungen den ich auch mal hatte das ist der noctis weißt du noch ja den habe ich jetzt ja 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 ihr seht's gleich wir haben hier im bettel geht mal auf seite alter darf ich kurz vorbei ich bin ein hindernis was ist das denn ich bin mal kurz vorbei darf ich mal kurz vorbei bitte ja ok warum hast du so einen fetten kopf weil ich traurig bin alter das ist der big head mod oh geil es gab keinen anderen noctis alter ähm oh god peter ist in der mine gelaufen wer hat hier geschossen wer hat hier geschossen hab ich gerade gesagt peter ist in der mine gelaufen worden ja stimmt in der mine gelaufen worden hahaha sabrina sabrina stehen bleiben ich bin traurig du darfst mich nicht umbringen alter seit wollte ich mich verarschen ist ja jeder tot wo wo oben hä oben wie oben dein ernst max ist es der back out in der back hat 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 gut ne 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 du hast mich nicht gekillt achso ja weil ich habe nämlich geschossen genau in dem moment habe ich gesehen wie du umgefallen bist ne das sah so aus als kämen die kugel von der seite darum habe ich nicht ja ja sabrina stand nur hinter mir irgendwie max habe ich gar nicht gesehen ach mese so das war die folge das war ja wieder schön ja das war kein trader aber vielleicht werde ich jetzt noch mal ja da ist Jesus so tschauii bis zur nächsten folge tschüss tschüss